TTT, ich hoffe, das waren jetzt genug T's und alle sind mit dabei, wir, die alte Truppe, aber wir haben einen neuen Zugang, stell dich mal vor. Äh, äh, ich jetzt? Der große Unbekannte, der große Unbekannte. Der große Unbekannte, genau. Ich bin der Josch von Wallis.Gaming und, äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass ich dann sowieso verlinkt bin oder so und dann können wir mal drauf schauen. Okay, musst du mir noch mal einen Link geben. Ja, ich kann dir auch keinen Link geben. Und Leute, ich möchte nicht kurz töten, ich möchte mal einmal kurz das Spiel erklären, okay? Ah, naja, okay, tu das. Und, 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 und hier ist was im Traitor-Shop. Hä? Was im Traitor-Shop. Achso, also, ich erkläre mal kurz das Spiel. Es ist einmal, nämlich, äh, ja, danke, äh, ist einmal ein TTT, also, es geht darum, einer ist Terrorist, also jetzt bei uns ebenfalls zumindest, wer, wer mehr Spieler sind, beziehungsweise auch mehr Terroristen, und diejenigen müssen herausfinden, wer es ist. Und das, und das eigentlich, ja. Was heißt mal, hier den Diablock in Ruhe. Und, ähm, ja, also, wer, äh, tot ist, der hält die Klappe, also nicht von da, wenn ich da eine Zeit lang nicht rede, das übernehmen dann die anderen für mich, weil, ich muss dann leider ruhig sein. Du musst ja auch mal deine Zuschauer, äh, äh... Ja, das ist schrecklich, ey. Ich hab jetzt schon nur einen Schmerzen. Für, dass ich die Zeit hochgeschaltet hab, da kann man halt mal wenigstens jetzt eh nur mal Zeit, die ganzen Diablocken hier haben. Achso, in dem Detective gibt's auch noch. Der ist, also, das ist die neutralste Person hier, die kann man, die kann man als einziger vertrauen. Ich hab die Zeit auf acht Minuten gestellt. Oh, das ist schön. Obwohl ich denn, obwohl ich denn da ist, also, äh, ja. Weißt du, da schieße ich nie nur einfach so. Ne, das machen wir Euro schon. Ja, aber wenn du dich verdächtigst, ähm, dann schieße ich. Bitte ein bisschen zurückschrauben jetzt mit dem Rumschießereien, ich muss nur gerne ein bisschen mehr reden beim Aufnehmen. Ich finde, so als Tipp, man könnte, man könnte auch sowas machen, dass man, ähm, wenn man tot ist, halt eine Tasse zuweist, dass man in TeamSpeak sich mutet und dann kann man mit den Zuschauern theoretisch weiterreden. Ja. Ja gut, dann können wir machen. Okay, das kann er ja auch machen. Ja gut, das mach ich dann. So, solange ich das nicht machen muss. Ja. Okay, ich kann gerne mit mir selber reden dann, aber da komm ich mir immer so doof vor. Stehst du nicht morgens vorm Spiegel und laberst erst mal eine Stunde mit dir selbst? Ja, doch, aber das ist was anderes. Das muss geheim bleiben, ne? Pssst. Ja, das ist ein Geheimnis. Gar nicht. Marco, 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 Marco. Ich folge nur den Detective. Wie soll ich dich eigentlich nennen? Soll ich dich einfach Josch nennen hier? Ja, nenn mich Josch, ist alles klar. Losch, okay. Josch. Ja, ich kenn den Josch ja noch nicht. Der ist ja gerade erst dazugekommen. Josch. Mich einfach nicht kundern. Joschi ist auch okay. Okay? Juhu. So, noch zwei Diablocke. Wo sind denn die beiden noch? Also einen hab ich hier vorne noch gesehen. Ich hab noch nie gesehen, was da... Autsch. Du hast noch nie gesehen, was dabei passiert. Ist das gestorben? Nein, ich bin nicht gestorben. Ich hab noch nie gesehen, was dabei passiert. Da kommt ein Block raus. Und den muss man oben auf den Turm bringen. Das war ich schon mal. Aber einer fehlt noch. Ja. Nilo, Marco. Nilo, Marco. Marco, Nilo, Nilo. Nilo, Marco. Hält mich hier runter, ohne Schaden zu kriegen? Ja. Ich hab ihn! Nido ist es bestimmt. Ich traue dir nicht. Ja! Naja, na schon. Gib mir. BAM! Nein. Also ich hab das noch nicht gemacht, aber ich glaube, der muss irgendwo hier hoch. Ups. Wir hatten das einmal. Wie haben wir das denn gemacht, Leute? Mach hoch. Mach hoch. Mach hoch. Ich freu dich nicht. Geh zu den anderen. Geh zu den anderen dahinten. BAM! BAM! Entschuldigung. Alter, ich bin blöd. Alter, ich bin blöd. Alter, ich bin nicht mehr. Was war das? Leute, jetzt darf ich nicht mitkommen. Tut mir leid, Schöne. Aua! Okay, also gewinnen die Innos, wenn du das schaffst. Sehr schön, sehr schön. Befällt mir. Ach so, weil des Dings. Wer war ein Traitor? Hilfe! Jenna, rette mich! Ich war ein Traitor. Jenna, du bist eine Pfeife. Nee, Jenna war nicht Traitor. Hast du mich einfach in Lava verbrennen lassen? Bist du auch in Lava gestorben, oder was? Ja. Okay. Auch gut, Jenna. Das ist ein Kriegsakt. Ich nehme sowas in Ernst. Jenna, sehr schön. Ich weiß. Mach so einfach so ganz schön. Wenn wir eine Shotgun haben, dann fühlt mich ein bisschen wohler. Ja. tail. Inno, Beaches! Inno, Beaches! Inno! Inno, Beaches! Inno! Inno! Beaches! und die im Weg während von mir als jemand von euch die Dschihad sind. Selbst du Hex, wo gehst du zu den anderen? Dschihad! Dschihad! Du machst leh-le-le-le-le! Wer macht hier lalalala? Der Weihnachtsmann! Dein Name auch nicht mehr. Wer ist dieser komische Krone? Ey, da ist jemand. Wait a mal. Der ist glaub ich... Ich höre irgendjemand schlagen, aber ich seh keinen schlagen. Ich seh einschlagen, das ist der Schwarzschub, der tut hier, äh, Minecraft spielen. Was willst du mit dem Goldblock? Er bringt nur den Traitor was. Was, der Goldblock? Nein, der bringt den Innos was. Was macht der Goldblock denn? Der macht den Traitor-Tester an. Okay. Ich hätte aber gerne mehr als einen dann da oben stehen, weil der Traitor könnte mich sonst alleine da reinschubsen. So, jetzt da an. Wo geht's denn hier lang? So, Moment. Und du bist ja freiwillig der Erste, ne? Ja, ich bin ja Inno, ich trau euch, ich trau euch das zu. Und muss ich jetzt auf den Knopf drücken, ne? Knopf drücken. Nein, nicht Knopf drücken. Scheiße, den Hebel drücken. Irgendjemand ist gestorben. Ja, nee, das war der Hebel drücken. Ja, der ist da oben. Ja, ich bin gestorben, weil wir es falsch bedient haben, glaube ich. Nee, nee, hier, beide geht da auch noch mit rein. Das ist eher ein Folterinstrument. Okay, um wie geht das jetzt? Also, eins ist nochmal Joshua, kein Traitor. Ich war kein Traitor, ja. Sollte, was muss ich jetzt machen? Einer muss da rein. Einer muss da rein. Ja. Dann machen die anderen den Hebel außen erstmal zu. So. Und dann machst du den anderen Hebel, nicht den Knopf drücken. Das war gerade scheiße. Wieso? Okay, jetzt hast du einen Punkt. Ah, scheiße. Ja, durch die Garschärme getroffen. War aber schon nicht schlecht gemacht vom Traitor. Na, war okay. Kann mich mal jemand hier rauslassen, bitte? Nein! Kann ich rausgelassen? Na, danke schön. Du hast mich eben tot gelassen, du. Eigentlich machst du den zweiten Hebel und dann kannst du, ähm, dann wird angehört, leuchtet den grün, wenn du Inno bist und rot, wenn du Traitor bist. Darf ich einmal was sagen? Ja. Ich hab endlich mal einen in der Gruppe der Nette. Wer denn? Wer denn? Yoshi! Ja. Bist du nicht berät? Josh, schlamm dich nicht bei ihr ein. Ich sag dir, du wirst es immer bereuen bei ihr. Ja, du bereust es, egal. Hexberg merkt es auch schon. Oder hast du schon gemerkt? Ja. Guck, die sind immer so gemein zu mir. Drecklich. Ich bin nicht gut. Inno. Detective! Ich war ein guter Detective. Ich bin nie der Detective. Du Mann, Scheiße. Jetzt probieren wir das direkt nochmal. Marco ist bei mir. Wo ist denn der Goldblock? Bitte. Da unsillig Josh gegen die Wands hauen. Weiß der. Wo ist der Goldblock diesmal? Ah, das ist ein paar verschiedene Stellen, wenn man sagen kann. Moro's Detective? Da fliegt ein Dings durch die Gegend. Marco. Der Vito guckt mich böse an. Marco. Marco. Nilo. Der Nilo guckt mich böse an. Oh, zwei Blocken. Ja, und? Das ist gefährlich bei dir. Detective, Befehl. Marco, keine Sniper in der Hand zu haben. Was ist der Block hin? Aber, aber. Weiß nicht Detective, das ist Mauro. Mauro ist Detective, du hast mir nichts zu sagen. Ja, ich weiß, deswegen sag ich ja, was er jetzt sagen soll. Mauro. Ja. Hex. Sniper aus dem. Schmeiß sie weg. Schmeiß sie komplett weg und du hebst sie in die Gose. Schmeiß sie wieder auch, ist das klar. Josh. Hi. Freund oder Feind? Der Nisch, da bist Marco. Okay. Wieso habe ich eigentlich Schaden gekriegt, wo ich den Schaden habe? Bist du irgendwo runtergefallen, weil es gibt Falschern hier. Ja, klar, das weiß man glaube ich nicht. Er will, er will zuerst Trader-Tester rein. Ich traue euch wieder nicht, ich kette mich nur wieder ein. Ich glaube, ich gehe diesmal wieder als Erster. Aber den Hebel hier. Aber diesmal nicht den, genau. Erstmal den Hebel hier vorne zu. Nee, 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 hier raus, raus, Dino, Nino, raus. Wieso? Ich war raus, lass mich raus. Also du, ist die Halt tot? Was habe ich gesagt? Dann war es, oder? Doch mal da. Ja, siehste. Au, ich dachte, wir hätten wirklich länger verschwinden können. Er lebt noch. Wollen wir mal eine Map machen? Ich mache mal eine Map pro Part. Nein, nein! Ich mache mal eine Map pro Part. Mein Ohr juckt. Dann schneid die nach. Das Ohr? Ja. Brauchste eh nicht. Das ist jetzt gerade nicht so. Du zuhören kannst sowieso nicht. Das ist nicht gerade so hilfreich, das Ohr abzuschneiden. Ja, ist auch nicht so. Und dann fragst du dich tatsächlich mal, warum du immer bei mir verkackst? Ernst? Ich sag sowas nicht. Nee, du denkst es nur. Das ist viel schlimmer. Nein, ich denk es auch nicht. Wenn ich sterben sollte, ist es... Okay, es ist gerade kein... Das ist keiner mehr da. Du sagst, sagst mal Inno. Das ist keiner mehr da, ey. Ich dachte gerade, jemand wäre hier, aber nein. Okay, Nido ist greater. Also zum Tester. Selbst der irgendwo... Warte, warte. Eine Frage, wenn jemand in den Tester reingeht oder bei Inno ist, stirbt der? Warte, ich warte, bis der Detective da ist. Weil Yoshi gerade gestorben ist. Ich komme hier nicht hoch. Ah, Hilfe. Okay, okay, mach mal. So, wie viele sind da jetzt dran? Nicht auf den Knopf drücken, bitte. Ah, Hex ist schon mal Inno. Na, das war super. Nein! Lass mich raus! Lass mich raus! Hebel, schnell! Hilf mir! Hebel! Nein! Hilf mir! D drücken. D drücken, D drücken. Wow. Gott, hilf mir! Nein, ich hab's nicht auf den Knopf! Nein! Nein! Das macht irgendwie Spaß! Aber das ist so langweilig die ganze Zeit Detective zu sein. Und... Na gut, zwei Meilen getötet. Du bist so fies, Mauro. So fies. Ich? Ne. So fies und asozial. Ja, das ist normal. Ja, das ist normal. Was seid ihr von mir gewohnt? Das ist ein Unterschied. Was ist das denn für eine Waffe? Die kann ich gar nicht. Ach, das ist eine Rutsch. Die geht weg damit. Die was? Eine Rutsch. Ach. Was ist das? Na, auf meinen Schritt zu zielen. Ich will, dass ein schlechtes Schritt erneut. Ich will doch nur spielen. Hey! Inno! Inno! Täter! Traitor, wo? Ich will mal Traitor werden, aber ich werd' nie ein Traitor. Wo ist der Gold drauf? Wo ist der Gold drauf? Ja, du bist einfach zu gut. Marco, du ziehst auf den Däten. Das ist nicht in Ordnung. Okay. Die wird geschossen. Wer ist denn da angeht, Detective Frank? Ja, ich. Oh, Gold drauf. Äh, der holt sich erst mal die One-Shot-Waffe, ne? Hm? Ich trau Marco nicht. Aber ich frau' mich mal die Waffe, auch nur eine One-Shot. Der hängt so permanent an deinen Kindern herum. Okay, ich auch, aber... Bam! Ah. Nananananana. Mananana... Waren... Aha, warte, Trater-Tester können wir mal testen. Und den Traitor-Tester könnten wir testen? Meuro geht als erstes rein. Du kannst vergessen, ich geh da nicht rein. Aber ich will nicht mit Jenna alleine hier drin sein. Dann drück ich auf den Knopf oder so. Okay, ja, ja, okay, jetzt geh ich da rein. Nicht auf den Knopf drücken. Der auf den Knopf drückt, muss sterben. Erstmal Hebel hier. Einen anderen Hebel. Und das ist grün. Dann mach mal anderen. No! Verdammt, wie funktioniert. Ich. Meuro. Ich. Du bist mir noch vor die Fresse gesprungen. Und hab ich einfach meine One-Shot gehabt. So. Aber ich glaube, das reicht erst mal für eine Folge, oder? Na klar. Ja, das reicht mal für eine Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hab das leider nicht geschafft gehabt mit der... Ja, ich kann das nicht glauben. Lass, lass mich raus. Aber, naja, immerhin. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.